Jerry Vianna is back on the Rosé of no return, Alter, warte mal, warte mal, Alter, das alte Handy heute, ne, ihr kennt das Ding hier, Rosé, Alter, ich komm direct from the Yield Card of Lyra, so romantic, aber ich bin ganz alone, hier müsst ihr jetzt ein Maid sein, ne, in diesem Moment, Alter, irgend so eine sweet Maid, aber nein, der kleine Jerry standet ganz alone hier an the Rosé und hat alles vorbereitet, Alter, was sind das so Sounds, es ist so romantic, darum machen wir hier erstmal ganz schnell ein Cough on the way, und den flitschen wir uns jetzt hier direkt an diesem romantic point rein und hoffen, dass doch nochmal eine kleine Maid vorbeikommt und dann sagt sie, was steht der kleine Sun da, dem werde ich mal richtig gleich mal einen versticken, dann sag ich, geh mal gleich down with the head, aber so wäre das nichts, Alter, wenn man immer nur eins im Kopf hat, wäre das mit den Vibes nicht, das war's, Jerry, hier mitten am Rosé, es ist Frühling, alles ist silent.